Heute erkläre ich euch im Video, wie ein katholischer Priester Albert Einstein sehr glücklich gemacht hat. Dafür blicken wir 13,7 Milliarden Jahre zurück in die Vergangenheit. Ganz weit zurück bis zum Urknall. Urknall? Das ist doch ein Naturwissenschaftsthema. Bleibt ihr Katholiken mal besser bei eurer Theologie? Gott sei Dank hat sich der belgische Priester Georges Lemaitre nicht an diesen Ratschlag gehalten, sondern wurde Priester und einer der wichtigsten Naturwissenschaftler seiner Zeit. Lemaitre hat am weltberühmten MIT in Cambridge promoviert und als Professor für Astrophysik an der Universität Löwen die Theorie entwickelt, dass sich alles, was existiert, aus einem Uratom entwickelt habe. Dieses Uratom sei bei der Entstehung des Universums explodiert und habe die gesamte Masse freigelassen, die heute existiert. Wow, das muss ja ein lautes Bang gewesen sein. Genau, seine Kritiker nannten die Theorie daher auch abschätzig Big Bang Theory. Albert Einstein und Arthur Eddington zum Beispiel lehnten die Idee völlig ab, weil sie der Ansicht waren, dass Lemaitre nur den christlichen Schöpfungsglauben begründen wollte, da in der Bibel die Welt ja auch quasi aus dem Nichts erschaffen wurde. Lemaitre allerdings hat zu seiner Theorie gesagt, solch eine Theorie bleibt komplett außerhalb irgendwelcher metaphysischen oder religiösen Fragestellungen. Sie lässt dem Materialisten die Möglichkeit, jede überirdische Existenz abzustreiten. Bei einer gemeinsamen Reise nach Kalifornien konnte Lemaitre Albert Einstein seine Theorie noch einmal ausführlich erklären. Woraufhin Einstein sagte, das ist die wundervollste und befriedigendste Erklärung der Entstehung der Welt, die ich je gehört habe. Wunder lassen sich eben überall finden, besonders in der Physik. Eins der Wunder mit dem Urknall ist, dass ein Punkt gefunden worden ist, der kein Davor hat, beziehungsweise der Urknall stellt einen Punkt dar, von welchem aus kein Davor zu beobachten oder zu messen ist. Wenn das kein Wunder ist! Mehr dazu erfahrt ihr hier. Und wenn ihr keine Spuren vom Glauben mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und dann abonniert den Kanal und abonniert den Kanal und abonniert den Kanal und abonniert den Kanal.